Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Summoning. Ich bin schon mal nochmal unten aus dem Bereich mit Balthasar entflohen, denn der ist mir nochmal auf die Pelle gerutscht und während ich nochmal nach unserem neuen rostigen Schwert geschaut habe. Und ich habe leider unten unseren Schild vergessen. Aber ja, das ist nicht so schlimm, weil mir ist dann aufgefallen, warum wir diese rostige Klinge nicht verwenden konnten, weil sie zweihändig ist und eigentlich auch nur 20 Schaden. Aber ich hoffe mal, wenn wir mit der rostigen Klinge, war doch irgendwas von wegen Blutpackt und keine Ahnung, dass dann die rostige Klinge dann wirklich mal zu warmonger wird. Und ich gehe davon aus, dass das jetzt warmonger ist, weil man uns ja auch gesagt hat, dass wir eine rostige Klinge finden werden. Also nehmen wir das einfach mal an. Sondern da das ein Zweihänder ist, können wir eh aktuell kein Schild tragen. Unser altes Schwert haben wir noch und unsere beiden magischen Schilde haben wir auch noch. Also alles gar nicht ganz so schlimm. So, und ich habe mir noch mal Gedanken gemacht, weil wir ja bisher von diesen Schädeln auf den Waffen haben wir ja 1, 3 und 4 gefunden. Und da wir 1 und 3 in der blauen Domäne gefunden haben, gehe ich davon aus, dass wir 2 dort übersehen haben. Aber wir spielen zuerst mal weiter und wenn wir dann irgendwann 5 gefunden haben und immer noch keine 2 haben, würde ich dann noch mal zurück in den blauen Bereich gehen und dort noch mal alles links machen. So, viel geredet, wir spielen weiter. Und zwar diesmal mit der Klinge, mit der sollten wir jetzt auch schlagen können. Kein Ziel in der Richtung, aber er hat... Schlägst du mit dem Schwert? Ja, irgendwie schon. Okay, wird schon. So, und die haben ja gesagt, Teleporter benutzen zum Zurückkehren. Dann machen wir das mal. Ah, jetzt sind wir glaube ich wieder in dem Verbindungsgang. Genau, wir sind wieder in der Kreuzung. Dann schauen wir, dass wir jetzt dort hochgehen, wo wir im grünen Bereich sind. Denn dort wollte ich als nächstes hingehen, denn auf dem Zugang dorthin haben wir auch noch Gegenstände liegen lassen. Entschuldigung. Die Nase hat gejuckt. So, wo sind wir jetzt? Das müsste eigentlich blau sein, oder? Ja, genau. Das ist blau, da wollen wir nicht hin. Also müssen wir doch nochmal uns sehr elegant durch die Kugeln schlängeln. Oder, Moment mal, wo ist hier der Ausgang? Ein Ausgang ist hier nicht weit weg. Ah, doch, das war der Ausgang, durch den wir gegangen sind. Wir schlängeln uns nicht durch die Kugeln, sondern wir gehen einfach oben rum, zu Fuß. Und muss ich weniger fluchen und ungeschickt sein und so weiter. So, ich hoffe nur, dass unser Schwert da wirklich irgendwie toll ist. Wir werden sehen. Wir rennen mit einem rostigen Messer in der Gegend rum. Alles wird gut. Und? So, jetzt müssten wir bei Weiß sein. Genau, wir sind bei Weiß und... Ja, da hinten müsste es dann weitergehen. Moment mal. Ach so, doch, wir kamen von da und gehen da hinten hin. Ja, gehen wir hin. Besser als sich durch die Kugeln zu schlängeln. So, und hier ist das Spiel. Wir laufen weiter. Ach, hier war doch auch irgendwo Balthasar, ne? Ich glaube, wir müssen da hoch. Oder das Balthasar jetzt da unten stecken geblieben, wo wir ihn zum letzten Mal gesehen haben. Genau, das weiß man nicht. So, bin ich jetzt schon wieder falsch gelaufen? Ich glaube schon. Äh, ja. Ja, sehr schön. Haben wir fein gemacht. Die Nase ging in die falsche Richtung. Nase neu justieren und ihr dann bitte folgen. So. Er hat uns nämlich von dieser Höflichkeit des Stiefelausziehens erzählt. Ähm, das haben wir schon gemacht. So, ist hier irgendwo Balthasar? Scheinbar nicht. Egal, ich werde ihn nicht vermissen. Näh. Ja, ich hätte nichts sagen sollen. Hi Balthasar. Geh mir bitte nicht auf den Zeiger. Niemand mag dich. Achso, da waren die Giftkugeln. Ich erinnere mich. Ah, ja. Hier wird das mit den dummen Schaltern. So, jetzt aber. So, und dann müssen wir, glaube ich, hier lang. Und dann war doch da irgendwo nicht der Übergang. Äh, es ist nur früh am Morgen. Die Orientierung ist noch im Bett. Ähm, doch. Das stimmt. Weil die Orientierung, die wird erst ab zwei Kaffee wach. Äh, ich hätte erst einen. Äh, wir schaffen das auch so. Wir brauchen schon Orientierung. Niemand. Genau. So, hier hatten wir noch den gelingen lassen. Äh, ne Mango. Äh, ein Kaninchenfuß. Ja, pack mal ein. Ein Amulett der Ausdauer. Sonst nichts. So, wir sind immer noch nicht überladen. Sehr schön. Also unser Schild, den ich habe liegen lassen, der hat acht Kilo gewogen. Ja. So, das war, glaube ich, ähm, Blitzwiderstand. Und da haben wir noch keine Formel für. Aber ich glaube, wir haben auch noch einen Gegenstand für Blitzwiderstand. Irgendwo im Inventar kriegen wir das trotzdem noch unter. Ähm. Schauen wir mal. Nein, kriegen wir nicht unter. Ja gut, dann lassen wir mal die Mango hier. Wir wissen ja, wo sie ist. So, hinter diesem Tunnel liegt das Reich des Weißen Ritters. Genau, da kommen wir her. Ja, und dann sagt man mal das Gleiche. So, ach, Unsichtbarkeitsspruch habe ich auch noch gelernt. Beziehungsweise einen Buchstaben umgesetzt. Und da hätte ich aber jetzt gerne einen Kanu. So, dann mal Kanu-Tür. Ja, geht. So. Wir kämpfen jetzt mit dem neuen Schwert. Könntest du mal bitte treffen? Beziehungsweise, ja, treffen. Halt, wäre mal eine Maßnahme. Wow. Wow, wir machen einen Schaden. Ähm. Das Schwert muss besser werden, weil so geht gar nicht. Schwert, gib dir bitte Mühe. Du sollst doch so eine tolle Waffe sein. Oder ich bin drauf reingefallen und du bist einfach nur ein altes, rustiges Messer. Ja, lieber Fein, es dauert halt ein bisschen. Wir kitzeln dich zu Tode. Hoffe ich zumindest irgendwann mal. Ich habe jetzt auch kein Schild, mit dem ich auch auf die Fresse schlagen kann. Ah, das wird schon irgendwie. Junge, gib dir Mühe. Wir kitzeln den Feinds echt zu Tode. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob das, was wir tun, sinnvoll ist. Vielleicht hätten wir mit einem anderen Schwert vielleicht mal so ein bisschen ankratzen sollen und dann mit dem Schwert das Ganze beenden. Vielleicht habe ich das mit dem Blutzoll auch falsch verstanden. Trink mal bitte was. Zum Glück haben wir einen sehr verständnisvollen Gegner. Hä? Äh, keine Ahnung, was das jetzt soll. Hä? Eine verrostete Klinge? Eine, die zu meinen Gedanken spricht? Noch nie habe ich... Ich bin schwach. Im Moment erscheine ich nur wie eine verrostete Klinge. Ich bin Warmonger. Füttere mich und ich bringe dir Ruhm. Füttere mich und ich helfe dir. Ähm, okay, wir reden mit einem Schwert, aber seit Ultima 7 bin ich daran gewöhnt, mit Schwertern zu reden. Das ist gar nicht so komisch, wie sich das anhört. Warmonger? Die legendäre Klinge? Schwert von Borell? Ich kann es nicht glauben. Dich füttern? Kampf. Tod. Erschlage deine Feinde mit mir. Ich labe mich am Tod. Der Zorn soll mich schärfen. Blut soll den Rest beseitigen. Wenn du mich näherst, werde ich dich stärken. Du brauchst mich. Alles klar, das hat das Spiel uns auch schon verraten. Aber wieso hast du jetzt mit uns geredet? Ah, jetzt der Gegner tot, okay. Wieder Blitz, Widerstand. Das scheint hier ein Thema zu sein. Also ja, wir reden mit unserem Schwert. Das ist nicht weiter verwunderlich. Das ist ganz normal. Du bewegst dich im Bereich des grünen Ritters. Ja, das war mir bewusst. Aber danke für den Hinweis. So, Kano. Ja, gut. Wenn man das in die Wand haut, kann es nicht funktionieren. Ja, da rollt eine Kugel. Hallo, Kugel? Ach stimmt. Ja, man hat uns doch gesagt, dass der grüne Ritter der Schwächste ist und dass wir mit dem verhandeln sollen. Ich war mich gerade voll erschrocken. Aber ja, du siehst sehr grün aus, also wirst du wahrscheinlich der grüne Ritter sein. Schließlich bist du also gekommen, Sinalur. Willkommen in meinem Reich, dem Reich des grünen Ritters. Überrascht, dass ich deinen Namen kenne? Ich kenne auch deine Absichten. Meine Spione haben dich genau beobachtet. Das ist nicht irgendwie gruselig. Wenn du meine Ziele kennst, warum lebe ich dann immer noch? Du lebst noch, weil es mir egal ist, wer diesen Krieg gewinnt. Ich suche Macht und deine Hilfe wird meine Macht vergrößern. Um mein Reich und die anderen vier Ritter zu durchqueren, brauchst du unsere Medaillons, die wir alle tragen. Nur alle fünf Scheiben zusammen werden das Tor öffnen. Von welchen Ränken sprichst du denn da? Die anderen vier Ritter. Wovon sollte ich wohl sonst sprechen? Wir haben die Stärksten aus Schattenwebers Horden, als er den Krieg begann. Für unsere Fähigkeiten und als Belohnung für unsere Dienste bekam jeder von uns die Kontrolle über einen Bereich des Labyrinths. Der eben hölzerne Ritter ist der Stärkste von uns. Genau, das haben wir auch schon mal gehört. Außerdem sind da der Blaue, war der Blaue, der Weiße war auch. Und es gibt noch den Purpurnenritter. Und ich natürlich, der Grüne Ritter. Der Schwächste der fünf. Bis jetzt, denn unser Pakt wird mich zum Stärksten machen. Ja, wollen wir das? Mit jemandem wie dir werde ich keinen Pakt schließen. Spar dir deine noblen Worte. Du hast keine Alternative. Wenn du Erfolg haben willst, brauchst du alle fünf Medaillons. Auch meins. Aber wenn er der Schwächste ist, den können wir da auf jeden Fall umkloppen. Ähm, woher weißt du, dass ich nicht einfach deinen Kopf abschlagen werde? Natürlich könntest du. Aber wenn, wirst du versagen. Wie ich schon sagte, wusste ich von Anfang an über dich Bescheid. Ich habe auch große Anstrengungen unternommen, um deine Schritte vor anderen zu verbergen. Ich bin kein Narr. Ich habe mein Medaillon so versteckt, dass niemand, besonders du, nicht es finden kann. Ich muss schon sagen, du bist ziemlich clever. Sag mir, was muss ich tun? Natürlich, du musst die anderen Ritter herausfordern und im Kampf verschlagen. Dadurch erlangst du vier der Medaillons. Aha, vier. Und was ist mit deinem, dem fünften Medaillon? Ich gebe es dir, wenn du mir den Kopf des ebenhölzernen Ritters bringst. Er ist der Stärkste, also mein größter Gegner in diesem Spiel der Macht. Wenn du mir seinen Kopf bringst, weiß ich, dass du stark genug bist, um die anderen drei zu besiegen. Kein großes Risiko für mich, denn du musst die anderen ja sowieso töten. Ja gut, zwei davon haben wir ja schon. Reicht das nicht? Mich interessiert nur, ob du den ebenhölzernen Ritter besiegen kannst. Er ist sehr stark. Spione, ich kann mich nicht erinnern, beobachtet worden zu sein. Ich wusste von dir, seit du mit Malachi gesprochen hast. Er sollte besser aufpassen. Wenn Schattenweber über Malachi Bescheid wüsste, würde er ihn bei lebendigem Leibe häuten lassen. Okay, wir haben jetzt den angekündigten Pakt mit dem grünen Ritter. Naja gut, das wird schon irgendwie. Na, da haben wir das Türchen aufgemacht. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Noch eine Bodenplatte, die dann wahrscheinlich hier unten hinführt. Ah, nicht gegen die Wand rennen, war noch nie eine gute Idee. Junge, er ist verwirrt, dann geht er mit dem Lenken noch weniger gut als sonst. Können wir hier mit Kano durch? Ja, können wir. Hallo, oh, wir machen 21 Schaden. Wahnsinn. Ja, komm, Schwert, gib dir Mühe. Friss das Blut oder trink das Blut, wird wohl eher sein. Wow, 36 Schwert, ich bin beeindruckt. 40. Wahnsinn. Wir haben doch ein nicht ganz so schlechtes Schwert. So, Brüchterchen. Nachfüllen, Flasche wegpacken, sonst können wir nicht kämpfen. So, da ist Sackgasse. Hallo, Herr Feind. Au, 41, das wird wirklich immer mehr. Und Blitzwiderstand ist hier sehr offensichtlich ein Thema. Ja gut, aber es steht immer noch da, maximal 20 Schaden. Genau, das weiß man nicht. So, Kano. Steine. Bewegst dich im Reich des grünen Ritters. Echt? Echt? Hatte ich schon wieder vergessen. Pust. So, für was brauchen wir die ganzen Steine? Genau das weiß man nicht. Geht's hier hin? Purpurnes Reich. Okay, das merken wir uns mal. Aber wir schauen uns zuerst mal noch da, um wo wir aktuell sind. Nämlich im grünen Reich. Falls ihr es vergessen haben solltet, wir waren im grünen Reich. Dann schauen wir dort nochmal auf die Karte, wo wir aktuell sind und wo wir hinwollen. Ja gut, dann wieder zurück zum grünen Ritter und von ihm dann nach Norden. Alles klar. Aber warum liegen diese ganzen Steine um den Schädel rum? Also, das kann ich euch halt auch nicht sagen. Wenn wir Inventarplatz hätten, würde ich ja einen mitnehmen. Würden wir das vom Gewicht her schaffen? Ja, wir würden es vom Gewicht her schaffen. Hm. Einen Gegenstand, den wir hier lassen könnten. Ja gut, dann ist mal die Mana-Pflanze. Und dann packst du das Amulett mal noch ins Säckchen. Dann hätten wir einen Platz frei für einen Stein. Einen Brocken. Oder auch immer. Wir haben einen Brocken. Und sind trotzdem nicht überladen. Das ist sehr schön. So, und falls wir Blitzwiderstand brauchen, hier liegt ganz viel davon. So, jetzt sind wir wieder beim grünen Ritter und wollen dort nach Norden. Hallo, Kollege. So, da hat sich scheinbar zuerst mal nichts getan. Aber wenn man nichts hört, heißt das ja nichts. Gehe den sichersten Weg oder zahle deinen Preis. Welcher Preis und was ist der sicherste Weg? Okay, ich habe verstanden. Hallo, Glühwürmchen. Also, ja, das sind wieder die Bodenplatten, die wehtun. Ja, ich habe eins gedrückt, ich habe keine Ahnung. Du bist ein böses Schwert, Warmonge, und ich bin nicht dein Sklave. Ich werde einen anderen Weg. Nein, kannst du nicht. Spar dir deine noblen Worte. Ja, dass das Schwert böse ist, wissen wir. Aber man hat uns auch schon gesagt, dass wir ohne das Schwert scheitern werden. Ja, das ist doof, dass wenn der sich meldet und ich einfach eins drücke, geht das Gespräch weiter. Du wirst mich benutzen, Sinaloa. Du brauchst mich, genau wie ich dich. Es gibt keinen anderen Weg. Du magst mich für böse halten, aber nur ich kann dir helfen, diese Welt von einem weit größeren Übel zu befreien. Es muss einen anderen Weg geben. Warum brauche ich dich, Warmonge? Nur ich kann dir die Handbewegung für den Zauber der Vereinigung beibringen. Ob du ihn bereits kennst oder nicht, du wirst diesen Spruch brauchen. Und ohne mich wirst du ihn niemals lernen. Äh, Spruch? Handbuch für den Spruch? Zauber der Vereinigung. Okay. Dann zeig mir diesen Spruch. Ich habe dich bereits in deinen normalen Zustand gebracht. Nein, Sinaloa, ich bin immer noch schwach. Du musst mit mir kämpfen, mich nähren. Jedes Mal, wenn meine Macht wächst, werde ich dir eine Handbewegung zeigen. Ja, dann hoffe ich, dass ich das nicht aus Versehen weiter drücke. Wird schon. Sobald ich meine ganze Kraft besitze, zeige ich dir die letzte Handbewegung. Dann und nur dann kannst du den Stab der Beschwörung zusammensetzen. Ach so. Okay, das ist dann der Zauber, mit dem er den Stab reparieren muss. Dann müssen wir jetzt erstmal die Teile finden. Okay. Ja, er war ja mal die Waffe von Borel. So sei es, Vamonga. Du magst die Welt retten, aber sobald ich den Spruch habe? Sobald du den Spruch kennst, wirst du mich zurücklassen. Aber ich denke, dass du mich auch dann noch brauchen wirst, Sinaloa. Keine Ahnung. Ich kann sie auch jetzt fühlen, meine Brüder. Schattenweber hat sie aus unserer Dimension hergerufen. Zwei von ihnen Zwillingsschwerter und sie bewachen die Quartiere des dunklen Magiers. Gut, vielleicht können wir auch mit den Zwillingsschwertern dann kämpfen. Oder zumindest mit einem von beiden. Falls es ein Händer sind, wäre ich da eigentlich mehr dabei. Nur ich kann dich an ihnen vorbeibringen. Ich kann es aber nicht jetzt tun, denn beide sind stärker als ich. Ach so, wir kriegen die nicht. Aber wenn ich auf der Spitze meiner Kraft bin, wenn du die letzte Handbewegung erfährst, werde ich stark genug sein, uns an ihnen vorbeizubringen. Warum muss ich an ihnen vorbei, um Schattenwebers Gemächer zu betreten? Das ist doch Wahnsinn. Ich weiß nicht, was du schon erfahren hast, Sinaloa, aber du wirst verstehen. Schattenweber hat einen Teil des Stabes in seinen Gemächern. Du brauchst diesen Teil. Das wissen wir? Was weißt du von Borell? Ein tragischer Held. Er war ein gutherziger Mann, eine Schwäche, auf die ich immer aufmerksam machte. Nichtsdestotrotz verstand er mich und ich ihn. Es gibt immer noch ein starkes Bann zwischen Borell und mir. Borell ist tot. Wie kann da immer noch ein Bann zwischen euch sein? Ich bin sicher, dass du die Wege des Universums nicht wirklich verstehst. Als Borell auf der dunklen Zinne der drei Götter fiel, erreichte er wie alle Wesen eine andere Daseinsform. Ich wünschte, ich wäre jetzt in Borells Händen. Zusammen wären wir so mächtig. Momentan musst du mit meinen Händen Vorlieb nehmen, ja? Also keine Beschwerde hier. Als kein anderer die Herausforderung der drei Götter, Krieg, Magie und Wissen annahm, ließ Borell alles zurück, was ihm lieb und teuer war. Auch seine Tochter, die ihm alles bedeutete. Ja, die Tochter, da ist wahrscheinlich Abigail gemeint. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, war sie eher die Tochter vom Gott der Magie, weil die Hexe ein Verhältnis mit ihm hatte. Borell hatte eine Tochter. Ja, ihr Name ist Abigail, aber sie war nicht wirklich Borells Tochter. Nein, sie entstand aus der Verbindung ihrer Mutter Shessandra und dem Gott der Magie. Sag ich doch, ich habe die Einleitung gelesen. Ich habe Borell niemals die Wahrheit gesagt, aber er hat es immer vermutet. Es ist aber egal, denn Abigail liebte Borell mehr als alles andere in dieser Welt, auch mehr als ihr eigenes Leben. Sie war so jung, als Borell den Turm betrat und mit mir in den Kampf zog. Er hatte den Test der Götter beinahe bestanden, fiel aber ganz zum Schluss beim Gott der Magie. Also hatte Borell Erfolg? Er war ein großer Krieger, sehr stark. Die Welt beschuldigte ihn für ihr eigenes Unglück. Die Götter waren dieser Welt und den Geschick der Menschen müde geworden. Borell wollte die Welt retten. Dafür wurde er entehrt und fiel in Ungnade. Abigail sah ihren Vater niemals wieder. Sie war sehr verletzt. So entstand ihr Hass auf diese Welt und ihre Bewohner. In den Jahren danach wurde ihr Hass nur noch stärker. Eine wirklich traurige Geschichte. Eine, die für alle Zeiten und von den Baden gesungen werden sollte. Mit dem letzten Schlag haben wir ein Irrlicht getötet. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, was hier mit den Bodenplatten da so los ist. Unser Schwert sieht jetzt auch wirklich anders aus. Oh, und jetzt maximal 60 Schaden. Okay, das ist das Dreifache wie vorher. Alles klar, wir gehen in die Pause. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.